1, 2, 3, 4. Sales, Excellence und Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sennlernstahl Ferro Münster. Guten Morgen Bernd, wie geht's dir? Gut, außer dass ihr ein bisschen eine laufende Nase habt, das werdet ihr gleich hören. Ist alles wunderbar. Ja, das freut einen natürlich nicht, aber ich freue mich natürlich extrem, dass du da bist. Auch du gehörst so zu meinen längsten Bekannten in der Schweiz. Ich glaube, du bist 1998 an die HSG gekommen, sprich wir feiern unser 25-Jähriges. Aber viel spannender als unsere Historie ist ja, was machst du eigentlich heute? Wer bist du? Weil du hast ja extrem viel mit Vertrieb, Service-Orientierung zu tun. Erzähl mal, wer bist du? Wer bin ich? Also genau, Namen hast du ja schon erwähnt. Ich bin in meiner aktuellen Rolle als Chief Commercial Officer bei Squirrel. Im Prinzip für zwei Dinge verantwortlich. Einmal das ganze Go-to-Market und Sales, wie du das ja vorhin so ein bisschen angedeutet hast. Das andere ist vor allen Dingen das Partner-Netzwerk ausbauen, weil wir halt ein Software-Provider sind und über Partner, Accenture, die Leute, wie sie alle heißen, skalieren auf unseren Kunden, um Lösungen für Kunden zu bieten, die über das, was wir als Technologie bieten, hinausgehen. Und das hat ein bisschen Hintergrund, weil ich seit 25 Jahren, wenn wir gemeinsam Digitalisierung machen, in der Zwischenzeit dann auch mal Eigentümer und CEO von einer internationalen Digitalagentur war. Du kannst die nennen. Mammix und heute ist es Merkle in der Benzu-Gruppe. Also wir haben die dann verkauft, 2018, die noch integriert und bin dann zu Squirrel gestoßen, weil eben dieses Zusammenspiel mit Partnern und wie ich aus dem, da man mein Netzwerk heraus mehr machen kann als Einzler. Das habe ich eben von der anderen Seite als Professional Service Dienstleister immer mit dem großen Adobe, SAP und so weiter gemacht. Und jetzt bin ich auf der Produktseite. Wir werden ja nachher noch auf Squirrel eingehen, weil der Dorian war ja auch schon bei uns. Da haben wir eigentlich nicht über das Produkt Squirrel gesprochen, das war auch die Idee, sondern wie baue ich eigentlich den Vertrieb für innovative Firmen auf, wo eigentlich keiner drauf wartet, erklärungsbedürftig ist und so weiter. Das war das Dorian. Wir haben ja immer die Standardfragen. Ja, ich musste dir stellen, was, ach ich weiß, das wird jetzt sehr lustig, dein Lieblingswein. Wie kommst du, hast du überhaupt einen Lieblingswein oder ist das eigentlich nicht eine absurde Frage? Naja, das weißt du natürlich, dass mein Hintergrund ist, dass ich auf dem Weingut aufgewachsen bin und dann ist die Frage nach einem Lieblingswein, ich vergleiche das immer wie mit einem Mathematiker, den man nach seiner Lieblingsformel fragt. Ja, es ist natürlich davon abhängig, wo ich bin, was die Situation ist, wonach mir gerade ist und so weiter. Ein Lieblingswein habe ich gar nicht. Dazu kommt auch, dass ich ein extrem neugieriger Mensch bin. Darunter leidet meine Frau dann immer. Egal, wo ich bin, muss ich immer den Wein ausprobieren, der gerade so spannend ist, dass ich ihn kennenlernen will, dass es eigentlich gar nicht zu einem Lieblingswein reicht. Ich finde das eigentlich deshalb spannend, weil das ist ja genau auch eigentlich, was eben Customer Experience ist. One fits, size fits all ist ja genau nicht, was eigentlich die Idee ist. Und das ist ja genau diese Idee. Ich habe einen Lieblingswein. Nein. Es ist kontextbezogen. Nein. Ja, also ich bin anders, Jörg ist anders, du bist anders. Das ist ja, glaube ich, genau das, was ihr mit eurer Firma macht, dass es eben nicht one size fits all ist. Jetzt haben wir doch die zweite, also ich stimme mir vollkommen ein. Ich werde immer dafür angemacht, weil ich sage immer, es hängt davon ab. Ein guter Alper-Beraterspruch. Es hängt davon ab. Das ist eben nicht, da habe ich dann schon meine Methoden, die ich immer wiederholen würde, aber das Ergebnis kann immer anders sein. Okay. Also, wie suchst du denn einen Wein aus? Ich meine, du bist ein riesen Italien-Fan. Das ist richtig. Wie gehst du vor? Wie versuchst du deine Stimmung einzufassen? Oder geht es mehr um das Restaurant? Entscheidet das? Wie triffst du Entscheidungen? Also, zum einen ist es immer extrem impulsiv. Also, ich glaube, da ist gar nicht so viel Nachdenken, was ist denn jetzt gerade. Das heißt, ich lasse mich häufig leiten davon, mit wem bin ich unterwegs. Ich versuche irgendwie so mit einer Gruppe was rauszufinden, was die Leute gerne mögen. Es gibt auch schöne Analogien zu Weintypen mit Musik. Ich frage oft Leute, weil ich Winzersohn bin, was würdest du mir für meinen Hochzeitswein empfehlen? Und dann ist es halt, okay, bist du mehr so der Popmusik-Typ mit deinen Leuten oder eher Jazz? Also, magst du es lieber straight und einfach und aber dafür auch in der Breite jeder mag es? Oder bist du mehr für die etwas jazzigen Sachen, die vielleicht erst nach einem zweiten Glas so richtig das entfalten, was du toll findest? Und das versuche ich gerne in meiner Gruppe herauszunehmen. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist, ich frage auch oft einfach den Wert. Ich frage, hey, die kennen sich ja mit dem, was sie da anbieten, häufig so gut aus, dass du im Dialog dann rauskriegst, was passt jetzt gerade für uns und ihn und das, was da gerade im Moment in der Situation abläuft. Als Winzersohn, gibt es euer Weingut noch? Nein, das Weingut gibt es nicht mehr. Also, das gibt es nicht mehr. Das stimmt jetzt nicht ganz. Es gibt natürlich noch die Weinberge und so weiter. Aber mein Vater, der ist mittlerweile 80 und der hat das verpachtet, ohne jetzt die Namen zu nennen an wen, an gute andere Winzer, die diese Weinberge jetzt beackern. Aber das Weingut selber operativ wird es nicht mehr. Ja, sonst hätte ich natürlich empfohlen, wir hätten diesen wunderschönen Wein mal empfohlen, der jetzt noch da wäre. Aber irgendwie kriege ich dich nicht festgenagelt. Irgendwie Werbung für oder ein Gut. Nein, nein, nein. Ihr seid in der Begegnung von Freiburg gewesen, du sprichst allemannisch, das ist ja auch einer der spannenden Sachen, dass Deutsche auch allemannisch können. Ich bin bei deinem Geburtstag umgefallen, wie du allemannisch reden konntest. Schade, wir haben keinen Wein, aber das macht nichts. Wir hätten ihn in die Empfehlungsliste aufgenommen. Vielleicht fällt dir trotzdem ein Guter aus der Regel. Ja, aber wenn ich jemanden empfehlen kann, der sich interessiert für diese Weinregion, das ist der Kaiserschuhl, südwestlich von Freiburg. Thuniberg wart ihr nicht? Ja, das ist ein Komplex. Das ist quasi das zusammen. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, zu schauen, da mal einen sehr guten Grauburgunder und auch die ganzen Spätburgunder zu probieren. Weil die meisten denken ja, oh, das ist ja eine Weißweinregion. Nein, 80 Prozent davon ist Spätburgunder Rotwein. Wunderbar. Jetzt haben wir doch eine Empfehlung bekommen. Ich liebe es. Manchmal dauert es länger. Was prägte dich als letztes als Sachbuch? Oder gibt es irgendein Buch, was dich geprägt hat, wo du sagst, ja, das sollte man weiterempfehlen für Vertriebler, aber auch für Menschen generell? Also für Vertriebler nicht, aber ich habe ein Evergreen, das habe ich vor 20 Jahren gelesen, so als wirklich fast Einstieg in meine dann Professional Service und auch Management Karriere. Und das ziehe ich immer wieder raus. Und das ist from good to great. Das ist für mich einfach das Führungsunternehmen, ein Unternehmen bauen als soziales Gefüge. Das ist für mich das Montus Ultra. Und warum finde ich das so gut? Einerseits, weil es relativ klar ist, was ist eigentlich so der Kern dessen, was nachher nachhaltig zu Erfolg führt. Aber es zeigt auch auf, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern so eine Langzeitstudie darüber, wie haben es Unternehmen geschafft, nachhaltig erfolgreich zu sein. Und nicht nur mal und dann rückblickend sieht dem alles erfolgreich aus. Das Buch heißt good to great. Ja. Der Autor heißt Collins. Genau, Collins. Sehr empfehlenswert. Für mich auch immer einer der ganz wichtigen Punkte. Confrontal brutal facts. Ja, das hört sich ja so ein bisschen, ja man muss sich ja eigentlich wohlfühlen, wenn ich dich jetzt confront the brutal facts mit dem Alltag im Vertrieb bei deinen Kunden konfrontieren. Ja. Was erlebst du dort? Und das geht ja nicht um Bashing, sondern welchen Reifegrad erlebst du? Ja, du bist ja auch noch, ich habe das gerade auch noch erfahren, die Firma kannte ich zwar auch vorher, aber nicht, dass du da involviert bist. Du bist ja in einem relativ simplen Unternehmen, nämlich ServiceOcean. Ja. Ja und die gehen ja eigentlich ein Thema an, was so offensichtlich ist, dass es wehtut, dass das ja noch nicht angewandt. Ja. Können die Kunden das akzeptieren? Vielleicht erklärst du nochmal, was ServiceOcean macht und welches absolute Painpoint, Schmerzpunkt für jeden Kunden dadurch einfacher oder besser gelöst wird. Also am Ende jetzt reden wir ja sehr über dieses Service Management und Kundenservicethematik und das kennen wir alle aus unserem Alltag. Simpler Anruf, Warteschleife. Viele legen auf, weil sie denken, naja, vielleicht probiere ich später und das ist dann irgendwie cleverer. Ja, dann komme ich vielleicht in der Priorität nach oben und wenn dann jemand dran ist, dann häufig ein bisschen unspezifisch, konnte das Problem nicht sofort lösen und so weiter und so weiter. Also von der Customer Experience eigentlich Super-GAU für eine Firma. Umgekehrt kostenmäßig auch ein Super-GAU für die Firma, denn jeder Aufleger kostet unendlich viel Geld. Die Problematik dahinter ist ja, dass die Leute immer dann anrufen, wenn quasi gerade niemand zur Verfügung steht, den Anruf entgegenzunehmen. Und das zu modellieren ist extrem schwierig. Und Service Organization hat das einfach auf den Kopf gestellt und hat gesagt, es interessiert uns überhaupt nicht, wie viele Agents da sind und so weiter. Ich will verstehen, wann und warum jemand anruft. Und dann ist meine Antwort darauf, wir rufen dich dann zurück, wann es für dich genau richtig ist. Und diesen simplen Mechanismus, quasi dieses Bedarf und Angebot so umzudrehen, das lösen sie über eine sehr smarte Rückrufthematik und dadurch haben sie mittlerweile ein extrem gutes Verständnis, warum Leute auflegen, wie lange sie warten, bis es kippt. Und das reduziert zum einen die Kosten massiver auf Unternehmensseite, weil du plötzlich eine Erreichbarkeit von 100% hast und nicht mehr nur 80%, was so früher der Goldstandard war. Und es erhöht natürlich die Kundenzufriedenheit ohne Ende, weil ich habe nie das Gefühl, ich warte, weil auch ein Rückruf ist okay. Ich bin jetzt immer wieder überrascht, das ist ja eigentlich so trivial, dass man nicht in einer Schleife wartet, sondern man zurückgerufen wird. Ich habe das das erste Mal bei Apple erlebt und da war ich dann ein bisschen so überrascht, halt, 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 jetzt soll ich angeben, wann ich zurückgerufen werden möchte. Das war ich im Kopf gar nicht vorbereitet am Anfang. Ich musste natürlich in meinen Kalender reingucken, aber danach war das extrem angenehm. Total. Also, weil ich kann doch auch diese Viertelstunde, 20 Minuten, kann ich doch einfach was Sinnvolles machen. Ich meine, wie häufig lebt ein Service Agent, dass er dann irgendwie einen auf der Toilette erreicht, der dann eben mal pieseln musste, wenn er in der Warteschleife ist. Warum, glaubst du, hat das so lange gedauert? Ich meine, es gibt ja Callcenter-Software hoch und runter und runter und hoch und damit optimiert und da, ja, Auslastung und alles. Warum ist dieses Drehen, und ich komme ja aus dem Geschäftsmodellbereich, wo ich eigentlich nicht mal das integrieren muss, die Software in dein Callcenter? Nein, ja, genau. Warum hat das so lange gedauert? Weil die dominante Logik der Industrie war, ich optimiere meine Callcenter-Agent-Struktur. Also, ich versuche möglichst die Auslastung dieser Leute zu optimieren. Und das hat einen gewissen Reiseffekt sozusagen. Ich weiß, wenn ich mehr als 80% Erreichbarkeit ohne die andere Optimierung erreichen will, kostet mich das viel zu viel. Also, optimiere ich auf diese 80%. Und den Rest akzeptiere ich einfach. Die Leute rufen dann wieder an und so weiter und so weiter. Und die Logik war, das umzudrehen, zu sagen, nein, mir ist es völlig egal, wer da ist auf der Agent-Seite. Ich arbeite mit denen, die anrufen. Und ich versuche, die in die richtige, weil ich ihr Verhalten verstehe, ich weiß, wie lange sie warten, ohne dass sie genervt sind oder wann ich ihnen was anbiete und so. Und quasi mit den Menschen, die dann das Bedürfnis haben, an denen zu arbeiten. Und das war halt auch nur umdrehen der Logik. Mehr nicht. Jörg wäre natürlich jetzt total begeistert, weil er ist natürlich extrem zahlengetrieben. Und ich kann ja plötzlich, ohne dass ich den Kunden befragen muss, der ja immer genervt ist, und würden Sie das bitte weiterempfehlen, durch sein Verhalten messen. Und der gibt mir ja auch noch die Daten. Da kann ich ja auch selber gucken. Und ihr gebt ja wahrscheinlich auch nicht auf die Minute genau an, wann zurückgerufen wird, sondern so 10-Minuten-Slots. Ja, genau. Das reicht ja auch vollkommen aus. Aber eben, das ist ja auch wunderbar. Ich kann ja trotzdem meine Agents optimieren. Nein, ich hatte so einen anderen Fall, der ist genauso absurd. Ich war mal ein Mystery-Shopper. Also, liebe Banker unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich tauche manchmal auf. Nein, ich bin heute verbrannt als Mystery-Shopper. Und einer dieser absurden Ideen im Customer Experience Management von Banken war immer, dass der erste Berater, den man am Telefon haben hat, nachher dann auch die Beziehung aufbauen soll. Ja. Das ist ja absurd. Das ist das Gleiche, was du ja gerade beschrieben hast. Ich bin nun mal komisch. Das ist schon allgemein bekannt. Ich habe ein LinkedIn-Profil. Das heißt, ich erwarte ja eigentlich, dass, wenn ich in Kontakt aufbaue mit einer Bank, dass man recherchiert, wer ich bin und mir dann sagt, ja, ich habe einen Menschen gefunden, der tickt ähnlich wie sie oder versteht sie. Und das hat keine Bank, eine einzige Bank hat das hinbekommen, die hat das hervorragend gemacht. Die hat mir nämlich, der Berater, der hatte den schlecht sitzenden Anzug, war auch sonst nicht so der, sagen wir mal, der geschniegelte, was mir schon mal sehr entsprach. Und das Erste, was er sagte, sie sind Mystery-Shopper. Und ich musste lachen und sagte, nee, so ist es nicht, aber und so weiter. Der wusste, dass ich Investmentbanker war, der hatte mich vorher recherchiert. Und durch dieses vollkommen unorthodoxe, was zu mir passende, passende Auftreten, hätte ich gewechselt und er war der Beste, weil er mich eben mit meinem Hintergrund ernst genommen hat und mir nicht irgendwelche komischen Produkte gemacht hat. Wie erlebt ihr das? Naja, schau, wir denken ja immer, das, was jetzt gerade beschrieben ist, ist doch ganz einfach und technisch easy und könnte man ja alles tun. Und er scheitert ja auch nie an Technologie. Er scheitert immer am Menschen, der diese Technologie einsetzt, weil er über seinen Tellerrand rausguckt. Und das ist noch nicht so lange her, vier Jahre. Da hat, wie so oft bei Banken, wechselt dann irgendwie der sogenannte Bankberater. Und dann jedes Jahr ruft dann ein anderer an, sagt, ah, ich würde sie gerne kennen, der andere. Ja, du hast ja dein Unternehmen verkauft, da hast du ja richtig gute Anrufe bekommen. Kurzum, was ich sagen will ist, ja klar, Look ist immer gut, wenn man sich persönlich kennt, muss man sich mal einen Kaffee trinken und so weiter. Und dann sagte die Person allen Ernstes, ja, sie hatten ja auch schon ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr zur Bank. Und dann sagte ich, ich hatte vor 30 Minuten Kontakt zu euch und ich habe jeden Tag Kontakt zu euch und meine Spur. Und so wie du es gerade beschrieben hast, dass da jemand sagt, ich habe Technologie, die nutze ich, weil ich verstehen will, wer kommt da zu mir? Ja, was treibt den gerade um? Was hat der sonst noch so gemacht? In welchem Kontext steckt das? Technologisch alles machbar. Aber diejenigen anwenden, die reagieren. Das ist ja genau das Spannende, dass wir eigentlich heute eine Übersicht über den Kunden haben können, die ja nicht bitte nur im CRM ist, sondern ich habe zum Beispiel über meine Kunden, auch wenn die Jahre vielleicht nicht mehr meine Kunden sind, immer ein Google Alert gesetzt, dass ich einfach Firmeninfos mitbekomme. Und wenn dann mal drei Jahre später einer anruft, dann wundert er sich immer, dass ich noch der Firma folge. Na klar. Ich sage, das ist überhaupt keine Arbeit. Na klar. Also das ist ziemlich erschreckend, außer dass ich ein bisschen viel über Plastikverpackungen dadurch immer in meinem Mailkonto drin habe. Der Wert weiß sofort, um wen es da geht. Aber das ist ja heute, die Information kann ja zu einem kommen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwenkt, aber vor dem Banking. Wir hatten auch mal eine, du kennst sie auch, das war die Firma CreaLogic, die kommt ja auch aus unserem Umfeld an der HSG. Und wir haben mal eine Studie gemacht und ich meine, die ist irgendwie zwölf Jahre her, wo wir uns angeguckt haben, wo die Touchpoints der Kunden mit der Bank sind. Und das war ein paar Minuten in der Zweigstelle pro Jahr, ein paar Minuten mit dem Berater pro Jahr und Stunden mit dem Online-Banking. Und wenn es darum dann ging, Investitionen zu bekommen, dann war das einfach, alle Filialen umzubauen für 40, 50, 100 Millionen, wenn man die alle schön umbaut. Aber ein damals ein kundenzentriertes E-Banking ging unendlich möglich. Ich bin seit 1990 bei meiner Bank. Die haben noch nie mehr was Sinnvolles aus meinen Daten gemacht. Ja, wir gehen ja auch allmählich so in diese Zeit, wo unsere Pensionsplanung mal sein müsste und so weiter. Ich gebe Ihnen seit 30 Jahren mein Einkommen, ich gebe Ihnen meine Sparquote. Sie könnten das alles haben, machen nichts draus. Ja, und das ist immer wieder erstaunlich, dass wir ja freiwillig Daten geben. Ja. Aber wir würden eben gerne auch ein Nutzen da drin sehen. Ja. Jetzt bist du, sind wir bei Service Ocean gewesen. Das ist ein ganz einfaches Ding, nämlich, dass Anrufe nicht in eine Warteschlange kommen, sondern dass der Kunde oder die Kundin gefragt wird wahrscheinlich, was ist Ihr Bedürfnis? Also was wollen Sie lösen? Macht man das mit so einem furchtbaren Menü, drücken Sie eins, dann zwei hier oder darf man das sogar sprechend hinterlassen? Ja, mittlerweile ist natürlich Voice Recognition so relativ einfach und gut machbar. Und wie geht es weiter, was kriegt man dann? Wobei auch einfache, das ist ja nicht nur am Telefon, sondern auch auf einer Website und so weiter. Jeder Touchpoint, bei dem ich gerne zurückgerufen werden will, wird da quasi integriert. Deswegen ist eigentlich, selbst wenn ich nur sage, drücken Sie eine Eins oder sonst irgendwas, ist immer noch besser, als die Leute warten lassen. Nein, die meisten legen ja wieder auf, weil sie denken, das nächste Mal bin ich dann besser dran. Aber dann werden sie wieder runter priorisiert und es dauert noch länger. Du weißt nicht, du kennst ja nicht unseren kompletten Podcast. Ich habe mir ja erlaubt, bei der Deutschen Bank, nicht bei der Deutschen Bank, bei der Deutschen Bahn, mal ein Ticket zu bestellen. Und das Produkt war sehr gut, es kam pünktlich. Ich konnte mein Fahrrad mitnehmen, aber ich habe, glaube ich, sechs Stunden in der Hotline verbracht. Aber du kannst dir vorstellen, ich habe natürlich das als rein Spaß gemacht. Also die ganze Bahn hat 100 Leute beschäftigt, um mir garantiert keinen Service zu machen. Und deswegen, ja, die treuen Zuhörerinnen, nein, im Callcenter. Also jedes Mal kam, ich kann das leider nicht lösen, ich kann das nicht lösen. Dann haben wir eskaliert oder Third-Level-Support. Und ich meine, das Einzige, was eigentlich rauskam, ich habe es natürlich wie Mystery-Shop nachher gesehen, es ist traurig. Tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Ort, die selber kein Problem lösen können. Und das ist ja, was Jörg und mich immer fasziniert ist. Warum geben wir den Menschen, die ja wollen, nicht die Tools, damit sie besser werden können? Ja, der Kunde will es, die Mitarbeiter wollen es. Was sind denn so andere Cases, die dich betreiben? Wir haben ja nie darüber gesprochen, was Scurium genau macht. Was sind so Use Cases? Nein, wir wollen das ja auch nicht zu einer Vertriebsveranstaltung machen. Nein, 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 aber es ist tatsächlich auch ein Schlüssel dafür, wie man besser, zum einen besser Sales, aber auch besser Service Management machen kann. Und es ist auch wieder sehr banal formuliert etwas, was man mit Maschinen schon relativ lange gut machen kann. Und seit ChatGPT wissen auch alle, dass das sogar sehr, wie soll ich sagen, sehr alltagstauglich ist, nämlich Sprache generieren und mit Sprache umgehen. Und Sprache macht etwas ganz Simples. Wir revolutionieren im Prinzip, wie Texte, sage ich jetzt mal, sagen wir mal, unstrukturierter Inhalt gelesen, verstanden und geschrieben wird. Punkt, aus, fertig. Das ist ganz banal. Und trotzdem gibt es noch die wenigsten Unternehmen, die das mit einer Technologie automatisieren. Und das ist immer noch erstaunt. Jetzt muss ich mal da reinprätschen. Jetzt investieren ja ganz, ganz viele in CRM-Systeme. Von Sachen Automatisierung, ihre Marketing und E-Mail-Strecken. Und jetzt sagst du, und jedes Unternehmen glaubt, sie hätten jetzt das Problem gelöst. Jetzt kommst du und sagst, warum sagst du nein? Ja, haben sie nicht. Weil das ist, CRM-Denke war immer, ich schiebe irgendwas in ein System und hoffentlich habe ich irgendwann einen Nutzen davon. Aber diesen Nutzen hat nie irgendjemand realisiert. Ist das in der Adressverwaltung gewesen? Das ist irgendwas, aber… Ist es immer noch. Ist es immer noch. Und wenn du überlegst, dass du heute in der Lage bist, auf Satzbasis das Thema und das Sentiment zu identifizieren… Könntest du Sentiment für die Leute… Entschuldigung. Also, was die Auswirkung quasi von dem Satz ist, das ist eigentlich das Sentiment. Und manchmal sagen die Leute, ja, es ist die Stimmung, ich bin böse, ich bin freundlich und so. Das ist aber nicht der Punkt. Sentiment zum Beispiel, dein Beispiel. Du hast einen Satz identifiziert, da steht dann, nehmen wir dich als Case, du hast ein Business Model Risiko und das Sentiment wäre, dein Business Model Risiko steigt oder es sinkt. Es ist also negativ oder positiv konnotiert. Diese Kombination kannst du heute mit Text Analytics machen, auf Satzbasis wohlgemerkt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du das machen kannst, dann kannst du, wenn du alle Quellen deines, sagen wir mal, Prospect-Kunden, wenn du die alle nimmst, dann kannst du ganz, ganz einfach identifizieren, ah, wo hat es einen Wechsel in meiner Entscheiderstruktur beim Kunden gegeben, dem ich was verkaufen will, wo hat sich potenziell sein Bedürfnis verändert, weil irgendwas im Markt passiert ist, bei Konkurrenten und so weiter. Was ist in der Interaktion mit dem Kunden in den letzten zwei Wochen passiert, auf Basis der Texte, die, Entschuldigung, unstrukturiert in meinem CRM liegen, nämlich Call Notes, E-Mails, die hin und her gegangen sind, etc., aber auf Satzbasis und nicht im strukturierten Teil, also wo jemand in einem Dropdown-Feld irgendwas eingegeben hat und gesagt hat, so und so ist. Und dieses Loslösen vom Strukturierten und diesen Schatz an Unstrukturierten, nämlich Schließtextinformationen nutzbar zu machen, das ist etwas, was heute technologisch super easy möglich ist. Bei ChatGPT wissen wir sogar generierend möglich, also machen wir ja dann auch. Und diesen Teil, den nutzt einfach ein Unternehmen heute fast nicht. Dieser 80% unstrukturierte Inhalt, den ich aber jetzt plötzlich, in Anführungsstrichen, mit Bedeutung versehen kann, das nutzen die Unternehmen fast nicht. Jetzt bist du ja schon fast wieder in der Lösungsebene gewesen. Also technisch, wie du sagst, schon lange möglich. Scary ist ja auch nicht erst gestern auf dem Markt, sondern das Thema große Sprachmodelle oder AI ist ja nicht ein Thema, was für den Experten erst heute auftaucht. Wir sehen heute erst die Auswirkungen. Ich habe wieder Professor Siegfried Handschuh letztens getroffen. Du lachst da drauf. Super Typ. Da merkt man mal, wie weit wir waren. Und der ist nämlich genau Experte ja für diese Sprachmodelle. Und mit dem haben wir beide, oder er hat bei uns die Masterarbeit, Diplomarbeit hieß das damals noch geschrieben. Und ich weiß noch, wie unglaublich schwierig es war, überhaupt zu verstehen, was er macht. Heute wissen wir das. Also die Technik ist ja da. Ja. Jetzt ist die Frage, was sind so Use Cases? Du hast ja Beispiele gerade gemacht, so aus dem strategischen Verkauf. Also der Verwaltungsrat ändert sich. Was sind so Anwendungen, die jetzt vom strategischen Verkauf bis zum vielleicht Upselling gehen würden? Weil das ist immer wichtig. Die Leute müssen ja erst verstehen, welches Problem wir lösen. Und dann können wir mit der Lösung kommen. Also das ist ja dieses Denken in Geschäftsmodellen, dass wir erst die Value Proposition haben, nämlich wer ist mein Kunde und welche Aufgabe lösen. Ja, genau. Was löst ihr konkret? Schau, ich kann ganz ehrlich gesagt hauptsächlich, was Sales im B2B-Kontext reden. Das ist das, was zu meiner Erfahrung ist, zu anderen auch das, wo wir hauptsächlich dann Lösungen bieten. Und im Prinzip geht es immer darum, genauer zu verstehen, was hat sich bei meinen Entscheidern und zwar täglich geändert, damit ich mich darauf anpassen kann. Was ist noch besser bezüglich Bedürfnis, was sie haben, Lösungen, die sie brauchen, was ihr Pain ist etc. Und was hat sich möglicherweise beim Timing beim Kunden verändert, dass ich schnell darauf reagieren kann. Und diese Veränderung verstehen in einem Prozess, der ohnehin in der Regel zwölf Monate dauert. Das ist etwas, was wir lösen, indem wir automatisiert alle Informationen, die ich zum Kunden und oder Ziel, was ich habe, sowohl was Produkte angeht, als auch deren Unternehmensinformation, Managementstrukturen etc. von intern und extern, indem ich das automatisiert screene. Das, was du vorhin mit dem Google Alert gemacht hast, das aber auf Satzbasis und in Bezug auf ganz konkrete Fragen, nämlich gibt es einen Managementwechsel, was ist sein Plan to Invest, hat bei Produkten, die Konkurrenten sein können, Veränderungen gegeben usw. Das kann ich alles täglich zur Verfügung stellen. Wie macht man das? Also wie ist jetzt, ich bin Key Accounter und bin für ein großes strategisches Account zuständig. Was ändert sich in meinem Alltag, wenn ich eine Lösung von Scurry Integrate bekenne? Also zum einen, ich gehe davon aus, dass diese Leute irgendeinen großen CRM-Anbieter nutzen, wo sie auch Sales damit machen. Lass uns später in die Umsetzung gehen, aber was? Wie sieht sein Alltag aus? Der macht morgens sein Mail-Account, macht das Scurry auf. Was kriegt er da rein? Nein, er geht in sein, er arbeitet in der Regel seinem CRM. Das bin ich mir ziemlich sicher. Das ist das hauptsächliche Tool, in dem diese Leute arbeiten und darin integriert, will ich eine 360-Grad-Sicht über alles haben, was diesen Account betrifft. Das muss ich jeden Tag sehen und zwar aktuell auf den Signalen und Triggern, die für mich da relevant sind. Und da ändert sich massiv, dass er nicht mehr anfängt zu recherchieren, in irgendwelchen Kanälen Google Alerts setzt, wie du das machst, sondern an einem Ort hat, über alle Quellen, die für ihn relevant sind und auf den Triggern, die für seinen Verkaufsprozess entscheidend sind. So, das ist der entscheidende Punkt. Was das Wort Quelle erwähnt? Ja. Quelle können einerseits natürlich externe, Daten sein, also sozusagen Google Alerts, also dass man einfach die Newsplay always screenet. Ihr könnt wahrscheinlich auch irgendwelche. Premium Daten, Regenatives, wie sie alle heißen, die ganzen Premium Daten, die ja häufig oder Reuters. Wie sie alle heißen. Genau. Das heißt also, ich kriege mit, aber jetzt ist natürlich immer die, also bleiben wir bei der Quelle. Also ihr habt externe Daten, dann habt ihr, könnt ihr aber auch interne Daten sehen. Ja, eben. Oder? Ich will ganz konkret, alle Daten, stell dir vor, alle Daten, ob das SharePoint ist, ob das Salesforce ist, Open Text Dokumente, da gibt es ja immer noch so alte Systeme, die sind häufig ausgeschlossen aus deinem Universum, weil sie irgendwo weggesperrt sind, diese Information, und du am Prinzip weder Zugriff noch sie nutzbar machen kannst, aufgrund dessen, dass du halt nicht auf Satzbasis rauslesen kannst, was da gerade passiert. Und diese Fähigkeit, diese Kernfähigkeit, die muss man verstehen, dass man weiß, es geht nicht darum, welche Quelle, sondern stell dir vor, alle Quellen. Okay, aber alle heißt ja auch, dass ich allen Schrott habe. Jetzt ist natürlich immer die Frage, mehr Informationen, genau, mehr Informationen heißt ja nicht Wissen, mehr Wissen, sondern was macht ihr, dass wirklich das Relevante nachher zusammengefasst wird? Weil ja, Suchmaschinen sind ja erstmal dumm, die wissen ja, können ja nicht zwischen wichtig und unwichtig entscheiden. Wie arbeitet ihr dort? Ja, was wir mit unseren Kunden machen, und das ja häufig dann in Zusammenarbeit mit Partnern identifizieren, welche Signale aus diesen Inhalten sind die, die verkaufsentscheidend sind? Also, ein Kunde hat irgendwie einen Plan to invest, ein Kunde hat einen Managementwechsel, ein Kunde hat eine Verschiebung, strategisch, Timing etc. Die definieren wir als sogenannte Themen, Topics, nennen sie wie du willst und trainieren das System, die zu erkennen. Wir machen also nicht eine beliebige Durchforstung und Durchsuchung, sondern ganz gezielt am Geschäftsmodell und am Sales orientiert diese Signale definieren. Und die werden dann, deswegen kannst du da reinschütten, was du willst, es wird nachher auf Satzbasis extrahiert. Es wird dir nicht ein Dokument angezeigt, es wird dir angezeigt, hier, dieser Satz signalisiert mir, dass es diesen Managementwechsel gegeben hat, dass ein Projekt verschoben wurde, dass es eine Kooperation mit einem Partner gab, der ein Konkurrent von uns ist und so weiter. Jetzt sagst du trainieren, das ist ja genau einer der spannenden Sachen bei künstlicher Intelligenz. Ja. Die meisten sind ja generische Modelle. Ja. Ja, also ChatGPT ist super, sie haben auch meinen Blog schön zum Trainieren benutzt, also ich kann meinen ganzen Blogartikel nachschreiben lassen von denen und es kommt meine Argumentation raus. Das ist immer die eine Seite, ja, also ich bin ja öffentlich. Jetzt habt ihr natürlich, Firmen haben ja nicht ihre Daten offen, sondern wie schafft ihr es, dass eben diese großen oder eure Modelle auch wirklich diese firmenspezifischen Sachen verstehen. Das ist ja die Herausforderung. Ja, weil ich meine, das merkt man ja selber, ChatGPT hat so eine Deadline irgendwann, das war das September 2021, wo sie das letzte Mal trainiert haben. Das ist ja für eine Firma nicht akzeptabel. Nein. Da geht ihr vor, dass das eben nicht das Problem ist. Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist dieser Analytics-Teil, also ich will quasi rückblickend verstehen, was ist in meinen Dokumenten enthalten. Diese Signale, also dieses satzbasierte Verstehen, das ist ein Training, was jemand wie du, ich, jeder kann das, ich sage einen Satz, ja, das ist ein Business Model. Moment, jeder kann das. Ich habe immer gedacht, da brauchst du Data Analyst dafür und AI. Das ist eine grafische User-Schnittstelle, du siehst einen Satz und du kannst sagen, Daumen hoch, das ist ein Business Model Risk, Daumen runter, das ist keins. Und so kannst du das trainieren über deine, jetzt mal her, banalisiert, es gibt natürlich ein paar Feinheiten noch da drin, banalisiert, kannst du der Maschine sagen, ja, das ist einer, nein, das ist kein so ein Satz und mit relativ wenigen Beispielen fängt die Maschine an, das auf einem recht hohen Niveau zu lernen. Das ist Nummer eins. Ich möchte da kurz nachfragen, ihr habt doch dafür extra einen Begriff erwähnt. Ihr habt früher, war ja immer, ja, wir brauchen Data Scientists und die machen dann große Algorithmen und ihr habt den Begriff, glaube ich, Data Citizen verwendet. Das ist eigentlich so der, oder benutzt ihr den nicht mehr? Doch, das tun viele. Das ist im Prinzip eine Demokratisierung von dem, was Machine Learning eigentlich können soll und das endet ja nicht beim Trainieren, sondern das endet eigentlich gar nie. Denn wenn ich nachher einen solchen Satz, ich nehme wieder immer mein beliebtes Beispiel, das ist ein Managementwechsel, das wird mir angezeigt und ich sehe, oh ja, das ist einer, ich kann einen Haken setzen, Daumen hoch, ja, das war einer, Daumen runter, das war keiner, da gibt es einen geschlossenen Kreislauf, sodass das Modell immer wieder auch angepasst wird, weil der Inhalt ändert sich ja auch mit der Zeit. Ich glaube nur, die meisten sind ja nicht Experten. Die Bell zum Beispiel hat zwar sehr wenig Mitarbeiter oder Mitarbeitende gehabt, aber 500 Freelancer, die eben Texte, die die Maschine übersetzt hat, nochmal korrigiert haben und natürlich damit eine Qualitätskontrolle gemacht haben und wir selber können ja auch, wenn wir das benutzen, zum Beispiel sagen, ja, ich würde gerne lieber den oder den Begriff hin dazu kommen verwenden. Also so muss man sich das vorstellen. So kann man sich das vorstellen, ja. Und jetzt habe ich dir ja nur den einen Teil beschrieben, also diesen rückblickend analysieren, was da drin ist. Jetzt kommt dieser generative Teil und hier ist einfach ganz wichtig. Generativ ist, wie viele Leute verstehen das? Generativ heißt für dich, was macht der? Ich kreiere einen Tag, der bisher so noch nicht bestanden hat, aber auf Basis von Daten, die ich habe. Du hast gesagt, ja, ja. Der generiert wirklich, also der Begriff ist eigentlich ja leicht, man kriegt den nur nicht in den Kontext gesetzt, man generiert neuen Inhalte. Ja, ich schaffe neuen Inhalte, ganz genau. Und der Clou aber jetzt dabei ist, und das hast du sehr gut gesagt, Jedes Sprachmodell ist trainiert, Sprache zu kreieren auf Inhalten, die weit in der Vergangenheit liegen und die öffentlich sind. Und das ist natürlich, wir kennen die Phänomene zu alluzinieren, irgendwas kommt im Text vor, wo du denkst, kann doch gar nicht sein. Es ist nicht aktuell. Und noch extremer ist natürlich, diese Systeme, wenn die anfangen zu lernen, dann haben sie plötzlich deinen Inhalt, in ihren Modellen, das will man alles nicht haben. Du hast das ja gerade mit meinem Blogartikel, wo ich eben leider nicht zitiert werde, nervt gewaltig. Dass ich drin bin, finde ich super, aber dass man mich nicht kennt und mich als Quelle angibt, ist natürlich nur unverschämt. Naja, also gehen wir mal von Eitelkeiten weg. Gut, gut, danke dir. Das ist tatsächlich ein grundlegendes Problem und das kann man eben lösen. Da gibt es quasi jetzt so ein Designpattern, würde ich das nennen, also so eine Logik, mit der man das im Moment quasi angeht. Übrigens dein Siegfried Handschuh, der propagiert das auch. Das ist ein sogenanntes Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich nehme ein Analytics Tool, wie wir das sind. Das hat nämlich zu jeder Zeit alle diese Daten, die im Unternehmen relevant sind, drin und nutze die, um nachher den Text zu generieren. Und der Vorteil ist, ich nutze das Sprachmodell für das, was es am besten kann. Sprache generieren, nicht wissen, einfach nur Sprache, in verschiedenen Stilen, verschiedenen Verwendungszwecken etc. Und füttere aber das, was generiert wird, mit den tatsächlichen Schakten. Und das kann ich, indem ich eben diese satzbasierten Themen, die ich da herausgezogen habe, in das Sprachmodell für das Generieren der Inhalte reintou und nutze. Damit habe ich genau all diese Probleme eliminiert, nämlich ich habe Transparenz darüber, woher kommt eigentlich der Inhalt, der da neu generiert wurde ursprünglich, kann ich direkt auf den Satz springen. Das Zweite ist, ich habe es geschafft, aktuelle Daten zu haben. Also wenn die erst vor einer Viertelstunde kreiert wurden im Unternehmen, weiß ich genau, die sind auch jetzt wieder in diesem neu generierten Inhalt voran. Und, und das ist fast der entscheidende Teil für Unternehmen, es wird nur kreiert, was du auch wirklich sehen darfst. Also ich kann auf Benutzerbasis die Zugriffsrechte so steuern, dass wenn du sagst, kreier mir einen Social Media Post auf den letzten Business Model Rist von unserem Geschäftsbereich ABC, dann nur Inhalt, dass nur Inhalt generiert wird, den du wirklich sehen. Das ist eben das, was Unternehmen brauchen. Ja, also dieses Zugriffsrechte ist ja so ein Riesenthema bei Unternehmen. Wahnsinn. Weil ja, die ganze Daseinsberechtigung von gewissen Hierarchien scheint ja nur darin zu bestehen, dass man mehr Daten reingucken könnte, aber leider nichts draus macht. Das wohl mein böser Joke war ja immer. Warum ist es einem Hacker einfach, alles im Unternehmen zu finden, selbst seine, die E-Mails, die der CEO nicht mehr wusste, dass er die überhaupt finden könnte und der CEO oder die Person findet eben gar nichts. Das ist ja dieses Perverse. Das liegt eben natürlich auch daran, wie ich Daten ablege. In Firmen wird das eben hoch strukturiert, in Datenbanken abgelegt, die hauptsächlich den Zugriff regeln, und damit natürlich diese Wiederverwendung ermöglichen. Also, aber das ist ja fast philosophische Fragen, die man hier dann hat. Naja, nicht ganz. Das hat schon konkrete, einen konkreten Hintergrund. Ich glaube, ich darf das ja erwähnen, dass wir zum Beispiel für die Europäische Zentralbank arbeiten und dort 10 Millionen Dokumente in ungefähr 10.000 Benutzergruppen genau für solche Zwecke nutzen müssen. Das heißt, es muss hoch skalierbar und in jedem Fall immer sicher sein, dass der Inhalt, der da steht, nur von denen gesehen wird, die es auch wirklich sehen dürfen, weil, jetzt kann ich dir ein paar polemische Beispiele sagen, was man unbedingt nicht irgendwo öffentlich lesen will und wenn Madame Lagarde wieder über irgendwelche Zinserhöhungen oder Reduktionen nachdenkt, dann sollte das nach Möglichkeit nicht zu früh irgendwas nicht sein. Es ist ja wirklich spannend, dass Edward Snowden hat ja all diese Daten bekommen, weil er als System Ad eben irgendwo sich eine Maschine gebaut hatte, die eben genau diese Daten und die waren ja nicht mal, am Anfang war das ja ein reines Admi-Tool, was er sich gebaut hat und dann kamen plötzlich Dinge vorbei, die er eben hätte gar nicht sehen dürfen. Andere Sachen, du hast natürlich jetzt extrem marktkritische Daten erwähnt. Das sind natürlich jetzt, ihr habt die Europäische Zentralbank, ihr habt die Bank of England, die macht aber was ganz anderes, nämlich Compliance-Dokumente. Das heißt also, die gucken rein in die Dokumente und arbeiten die so auf oder was ist genau der Use-Case? Weil jetzt sind wir wieder immer in der Umsetzung und das finde ich extrem spannend, aber wie sieht so der Alltag von einem Bank of England Mitarbeiter aus, weil er mit euch arbeitet? Warum geht der abends nach Hause und denkt, ich habe meinen Job besser gemacht? Dank Squirio. Ja, also ich hoffe, er geht nach Hause, weil er von seinen sechs von acht Stunden, die er den ganzen Tag mit Lesen, Identifizieren von Risiken und Einordnen von Risiken zugebracht hat und nur zwei Stunden mit effektiv beurteilen, was davon ist relevant, dass er von diesen sechs Stunden fünf wegschmeißen kann, weil wir das automatisieren. Das ist der große, große Hebel. Das ist wirklich der große, große Hebel. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn ein Supervisor und ganz in Sales ist genau das Gleiche. Es ist fast jeder dieser Szenarien, wo du viele Informationen hast und du willst aber auf den Punkt wissen, wo steckt welches Risiko drin bei der Bank, die ich jetzt gerade anschauen muss und in welchem Dokumenttyp steckt das drin. Und das Lesen davon, das ist 80 Prozent seiner Arbeit. Das reduzieren wir massiv und er kann sich jetzt darauf konzentrieren. Aha, jetzt habe ich da bei dieser italienischen Bank vermehrt irgendwie Counterparty-Risks entdeckt und jetzt muss ich doch mal gucken, dass wir da ein bisschen tiefer rein stochern. Und dieser Teil, den verkürzen wir massiv, also wir erhöhen die Qualität dessen, was er an Arbeit vollbringt, massiv dadurch, dass er eben nicht diesen langweiligen Leseteil macht. Also eigentlich ist auch die Compliance-Abteilung, ich kann das, jetzt sind wir im Bankensektor und deswegen arbeitet ihr ja auch mit Partnern zusammen, weil ihr könnt ja selber gar nicht alles verstehen, sondern ihr seid Technologieanbieter, damit andere eben die Use-Case dann aufbauen darüber. Wir haben eben diese rückwärtsorientierte oder Compliance, da kann natürlich auch neue Daten reinfließen, zum Beispiel Tagesanzeiger schreibt über die Beziehungen einer Ehefrau zu ihrem Mann und dann in Russland und solche Sachen und die Banken kriegen es dann wieder mal als letzter scheinbar mit oder wollten es nicht mithaben, ist halt, das ist das halt. Aber bei dem, wo ich dich dann ein bisschen abgelenkt habe, zu dem generativen, also dem schaffenden Zukunftsorientieren. Ja, das ist ja das Neueste, aber ich glaube, wir sollten auch nicht eben diesen Riesenteil, diese Riesendatenmengen verstehen, aber gehen wir zu diesem generativen, also Schaffen von neuen Daten. Was sind so Use-Case, die ihr dort habt? Aktuell haben wir fast ausschließlich einen Run auf dieses ganze Service-Desk, Service-Management etc. Warum? Ist eigentlich relativ simpel, weil es gibt dort zwei Dinge, die gar klemmen. Wir haben vorhin über Service-Ocean gesprochen, das Ausbarnung sehen, aber jetzt nehmen wir mal an, da ruft jemand an und hat es tatsächlich geschafft durchzukommen. Dann will ich relativ schnell eine Antwort geben können und diese Antworten mir aber nicht wieder, ob das jetzt per Mail reinkam oder per Telefon selber kreieren müssen und das ermöglichen wir mit diesem generativen Teil. Zum einen durch Chat, ich kann mit den Unternehmensdaten chatten und zwar das, was wir so von ChatGBT kennen und mich fragen, okay, ich habe jetzt eine Anfrage zu, was ist meine Deckung bei Krankenkassen zum Beispiel, ist da mein Zahnersatz, dieses und jenes da mit drin, so dass ich das per Chat direkt reingeben kann, Antwort kriege und die Antwort so weitergeben kann. Und das Zweite ist, häufig ist auch, eben auch in dem Kontext, bekomme ich eine ganze Litanei von Fragen und die am Stück und automatisiert zu beantworten mit dem Bezug auf die Quellen, die ich dann wieder zur Verfügung stellen kann, das ist häufig im Moment ein Case, weil wir eben genau dieses, wir kombinieren die Daten und das Analytics mit dem Sprachmodell und machen dadurch Chat und Summarization, wie vorhin gesagt, transparent, erklärbar auf aktuellen Daten. Service Management ist ein ganz heißer Case im Moment. Ja, EZB und Bank of England, die sind ja als Kunden bei euch erwähnt. Es gibt auch ein wunderbares Video von der Bank of England, da kann man, da erklärt die Projektleiterin selber das. Das ist aber nicht ein Service Management Case, weil du gefragt hast, der generativen Teil. Genau, jetzt meine Frage, welche bekannten Unternehmen benutzen euren generativen Teil? Das ist auch meine Frage. Ja, 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 alles gut. Also, da gibt es bei den Zentralbanken, die nutzen den und zwar für einen ganz spezifischen Case, Zusammenfassungen. Weil, wenn ich dich frage, fass mir mal deine Liste zusammen. So, und dann ist, machen wir eine Zusammenfassung. Das ist nicht so einfach. Klar kannst du sagen, ich weiß, was ich da für Forschung war. Ich habe Handlungsempfehlungen hinten geschrieben, die liest. Aber ich verstehe das komplett. Konkreter wäre, wenn ich dich fragen würde, fass mir mal deine DIST zusammen in Bezug auf, welches die besten Anwendungsfälle sind. Und dann kommt eine ganz andere, dann kommt eine ganz andere Zusammenfassung zustande. Jetzt kannst du dir vorstellen, beim Reporting im Supervisory, willst du, fass, mach mir mal eine Zusammenfassung über die letzte Woche eingereichten Dokumente der Bank A in Bezug auf ihre Business Model Rests. Wow. Dann kann ich eine Zusammenfassung machen. Wow. Wie kommt das, dass gerade Zentralbanken scheinbar so innovativ sind? Ja, weil eigentlich wird man ja erwartet, dass das sehr viel, die haben ja eigentlich keinen Wettbewerb. Ja, sie können Geld drucken und jetzt erzählst du mir gerade, dass die Banken sind super innovativ. Banken oder gerade Zentralbanken diese Tools verwenden. Der Grund ist eigentlich, nein, umgekehrt anfangs, Zentralbanken pauschal sind nicht innovativ. Die scheuen das Risiko, logischerweise. Das ist ein Grundprinzip dahinter, das ist ihr Job. Deswegen sind sie das. Trotzdem haben sie natürlich mit immer mehr Anforderungen an Regulatorien, Supervisory etc. Muss man dem auch nachkommen können. Und es ist ja logisch, dass man sich überlegt, kann ich das effizienter hinbekommen mit Technologie? Und das ist eigentlich eine sehr effizienzgetriebene Thematik. Nicht nur, aber da ist ein großer Hebel drin. Und deswegen sind die in Anführungsstrichen so innovativ, weil sie sich überlegt haben, wie kriegen wir das effizienter hin, weil es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir können den Apparat sonst gar nicht mehr so richtig steuern. So, das ist eigentlich glaube ich der Hauptgrund, warum sie das tun. Trotzdem sind sie nicht super innovativ im Sinne von, also pauschal. Das hängt sehr stark vom Institut selber an. Ja, aber trotzdem ist es interessant, dass die ja darauf angesprungen sind. Gibt es Beispiele, für dieses Generative, wo man eben nicht Bestehendes nur effizienter macht, sondern auch effektiver, also plötzlich Dinge machen kann, die man gar nicht machen konnte vorher? Das ist eine gute Frage. Es ist im Moment eine Thematik, da gibt es noch keine, also auch wieder in diesem Umfeld, noch keine effektive Lösung. Aber was eine Problematik ist für viele ist, wenn ich ein Unternehmen habe, das weltweit operiert und ich verstehen will, wo muss ich Regulatory Compliance anpassen bei mir, in welchem Land, in welchem Thema, dann habe ich erstens Wust an permanent neu auftretenden Regulatorien etc. und da geht es nicht um Effizienz, da geht es darum, bin ich überhaupt in der Lage, das zu tun? Operiere ich in 90 Ländern, ne, 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 und kann ich mir sicher sein, dass ich alles abdecke? Und da können so generative Sachen sehr helfen oder der Analytics-Teil mit generativen Sachen sehr helfen, weil es plötzlich möglich ist, eben zum einen die neuen Regulatorien zu durchforsten, und zwar systematisch nach Themen und sie zu vergleichen auch mit dem, was ich inhaltlich in dem jeweiligen Unternehmen im Land umgesetzt habe. Und dadurch bekomme ich so eine horizontale Sicht auf, wie compliant bin ich denn? Das ist etwas, was es effektiver machen kann oder überhaupt erst ermöglicht. Und heute ein Riesenproblem ist für Unternehmen. Du weißt ja, ich bin ein Träumer, ich habe mir in vielen Sachen nie die Umsetzung überlegen müssen. Ich konnte immer träumen, dass das lösbar wäre, wenn es da so tolle Leute wie euch gäbe. Zum Beispiel die Miele sind im professionellen Bereich, haben da zwei Waschmaschinen. Der Schwingungssensor ist immer kaputt gegangen und die haben immer behauptet, das wäre unser Problem. Nachdem dann irgendwie das dritte oder vierte Mal der ausgetauscht wurde, war ich zufällig vor Ort und der Servicemanager oder Servicetechniker sagte, ja, jetzt hätte er endlich jetzt mit dem roten Kabel bekommen. Weil das wäre eine Fehlkonstruktion. Also das heißt, im professionellen Bereich hatten sie scheinbar ein Teil eingebaut, was einfach ein Fehler drin hat. Spannend war, dann wurde im Nachbarhaus, hatten wir den gleichen Fehler drin und dieser Servicetechniker hatte eigentlich keine Ahnung, was der andere mit mir schon besprochen hatte. Beziehungsweise hätte ja eigentlich, das ja auch, es gibt ja dieses Preemptive Maintenance Idee, hätte ja bei einem anderen Serviceauftrag ja schon dieses Teil austauschen können. Ich hatte eigentlich mehr Wissen als diese beiden armen Servicetechniker, die scheinbar nur noch höchste Arbeitsteilung geführt werden und natürlich auch im Ertragsmodell einfach sind verrechnet dem Kunden so viel wie möglich in der Wartung und das Dumme war, dass beide Häuser eben zufällig zur gleichen Zeit drin stand und natürlich jetzt einen Text reingehämmert habe und ich warte jetzt noch auf eine Antwort, wo ich geschrieben habe, das ist nicht das Problem von uns, sondern es ist ein Service oder technologisches Problem und ich warte bis heute drauf, ob sich irgendeiner bei mir meldet und sagt, ja, Sie müssen es nicht zahlen, weil ich gesagt habe, wir zahlen es nicht und wenn wir zahlen, erst mit Rücksprache mit uns. Ja, es ist nie passiert. Das Spannende ist, ich bin ja immer noch ein Fan von dieser Maschine, aber das wäre doch eigentlich die Sachen, die man lösen könnte heute, oder? Ja, das ist sogar recht simpel. Also ich komme wieder auf die Ursprungsthematik. Du musst erst mal alle Daten haben und Also das wäre in dem Fall alle Service-Protokolle, alle Fehler-Reports. Alle Protokolle, genau, alle in Anführungsstrichen Handbücher, die es zu diesen Geräten gibt und so weiter und so weiter, alle Fehler-Reports. Im Prinzip auch das, was die Forschung hinten dran macht oder die, bei Miele, wenn sie neue Geräte konstruieren, all das. Erstmal muss alles an einem Ort sein. Das Zweite ist, dadurch ist es schon mal zugänglich. Das Zweite ist, es muss möglich sein und das ist es eben, dass ich diese unstrukturierten Fehler-Protokolle etc. genau nach diesen Sachen durchforste und das ist super simpel heute. Aber das scheitert schon daran, dass alle am gleichen Ort ihre, diese Information. also eigentlich ist es auch eine geniale Idee für so ein qualitätsgetriebenes Unternehmen, zumindest auf der Webseite, die Miele, könnten also nicht nur den Servicetechniker über diese Daten besser ausrüsten, sondern sie könnten auch zum Beispiel Feedback in die Entwicklung geben. Ja. Also das heißt, für die zukünftigen Maschinen könnte man sagen, ja, dieses Teil hat die und die Problematik und ich könnte das auch noch über Ländergesellschaften hinweg machen mit verschiedenen Sprachen. Na klar. Reality-Check, ich war im Frühjahr, habe ich den Vortrag gehalten in der sogenannten Smart Manufacturing Summit in Stuttgart und da sind ja viele, die dann sagen, ja, aber unstrukturierten Inhalt, habe ich den überhaupt? Ah, in meinem, in meinem Factory-Floor und so, dann habe ich hier SAP und dieses und jenes, bis sie dann alle drauf kamen und sagten, ja, unser Handover-Report jeden Tag von einer Schicht zur anderen, alles irgendwo reingetöckelt und so. Eigentlich steckt dort die wesentliche Information drin, was gut und was schlecht gelaufen ist, nicht woanders und das gleiche gilt hier, Fehlerprotokolle und so weiter. Die wenigsten Unternehmen haben heute verstanden, dass die 80% unstrukturierter Inhalte in irgendeinem Report drin steckt, in irgendeinem Fehlerprotokoll, in irgendwas, dass das das Asset ist, das sie durchforsten könnten und Analytics und aber auch generative Sachen machen können und dort viel mehr drin steckt, als in jedem anderen strukturierten Inhalt und den nutzen sie halt heute fast nicht. Jetzt so langsam dämmert es viel, weil sie merken, oh, wir sind im Automatisieren von Sprache jetzt so weit, dass wir das plötzlich tun können. Deswegen kommt das jetzt langsam schon. Aber es war lange etwas, was alle fast resigniert haben. Ja, geht das denn? Kann man das gut machen? Das kann man. Kann man. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte von dir jetzt noch wissen, wenn man jetzt ein Thema hat, was man angehen möchte, wie würde man eine Lösung finden und darfst jetzt auch deinen Sales Pitch für Squirio machen? Ja, das ist gar nicht so ein Sales Pitch. Das Spannende ist ja, ihr wart ja, ihr wart ja vorher, habt ja, war das unglaublich schwer zu verkaufen. Ja. Oder? Die ersten Jahre, was seid ihr, wer seid ihr und die Schweizer Unternehmen, schwieriges Thema, Startups, Innovationsmanagement, das haben wir ja alle schon besprochen. Jetzt wird er da wahrscheinlich überflutet, weil plötzlich eben so ein sehr schöner Begriff, auch dominantes Design, das haben wir auch schon mal verwendet, dass eben erstmal klar ist, was da kommt und dann kann es funktionieren, so ein Tipping Point in dem Ganzen. Ja. Wie geht man vor, damit man so eine Lösung bekommt? Das ist eigentlich interessant. Also Geschichte wiederholt sich dann eben doch, weil es geht wirklich nicht um ein Projekt. Das ist einfach vergessen. Aber das mögen doch Leute. Nein. Ein Budgetantrag, Projekt, aber das ist nicht so der Fall. Gut, das ist eine sehr rhetorische Frage. Wer 25 Jahre Digitalisierung gemacht hat, weiß, dass es ein transformativer Prozess ist, bei dem ich am Ende, Nein, wirklich. bei dem ich am Ende mein Geschäft transformiere, bis hin zum Geschäftsmodell, was du ja so propagierst. Deswegen das Erste ist, und das erleben wir jetzt sehr viel und das ist auch schön zu sehen, das Erste ist, identifiziert mal alle Business Cases, die ihr habt, die das Potenzial haben, in diesen, sagen wir mal, Topf reinzufallen, jetzt über Text Analytics und generative Dinge, also Chat und Summarization und so einen Hebel zu haben. Das ist mal Nummer eins. Denn die sind endless im Moment. Die ist augenöffnend, wie schnell ein ganzes Unternehmen zig Cases hat. Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, welcher davon macht die Menschen smarter, die dann diese Technologie einsetzen, weil der Engpass ist immer noch der Mensch, nicht die Technologie. Und das war auch bei Digitalisierung. Ich muss Menschen in ihrer Arbeit cleverer machen, smarter machen, besser machen. Und wenn ich diese zusammenbringe, die Use Cases mit dem großen Hebel, dort, wo ich Menschen smarter mache, dann kann ich hingehen und mich fragen, okay, wie setze ich jetzt einzelne dieser Use Cases so um, dass sie auf einer skalierenden Plattform sind. Vor 20 Jahren haben wir alle über E-Commerce geredet und jeder baut jetzt irgendeinen Shop und so weiter, bis dann mal jemand auf die Idee kam, wenn ich 30 diverse E-Commerce Kanäle habe, wie kann ich die skalierbar bauen? Das heißt, wie kann ich, ich komme wieder zu meinem Thema, wie kann ich alle Inhalte erstmal reinbringen und wie kann ich dann, je nachdem, was mein Use Case ist, die entsprechenden Teile von diesem Inhalt mit Signalen und dem, was vorne raus dann generiert werden soll, wie kann ich das sehr, sehr schnell machen, damit sofort sichtbar wird, was der Nutzen ist. Deswegen ist es wie immer, Use Case identifizieren, dort, wo der Mensch involviert ist und ich möglichst schnell einen Nutzen für den habe, dass er cleverer wird, plus das Ganze nicht siloartig, sondern auf einer skalierbaren Plattform machen, dann habe ich schnell Ergebnisse. Das heißt schnell, weil das ist ja, was die Leute heute nervt, SAP-Einführung hat man gefühlt immer gesagt, ihr braucht zwei Jahre, das ist schnell bei euch. Wann sieht man die ersten Resultate? Nach zwei Tagen. Wow. Also ist das jetzt ein Marketingversprechen oder Realität? Nein, also ich kann, ne, mittlerweile gibt es Squirrel, jetzt kommt wirklich der Werbeblock, mittlerweile gibt es Squirrel als Self-Service, da kannst du hingehen und sagen, ich nehme, verbinde mit meinem Google Drive, ich verbinde mit meinem SharePoint und ich fange an zu chatten, also eigentlich eine Viertelstunde. Aber nehmen wir mal an, du willst noch ein bisschen tunen, dass die richtigen Inhalte drin sind und fertig und da fängst du an zu chatten und Summaries zu machen, weil wir drunter den Index machen, das Retrieval machen, OpenAI anbinden, alles schon da, muss nur die Daten anbinden, der Rest funktioniert automatisch. So, natürlich. Das finde ich gut auf der Webseite, finde ich gut diesen, ist das einfach auch bei euch auf der Webseite zu finden? Ja, das ist hoffentlich einfacher, ich meine, die eigene Webseite, die belohnt man ja selten, aber in dem Fall kann man es Guckst dir vorher an, bevor das hier gebaut gastet wird. Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte nämlich viele interessieren. Ich fand deinen Ansatz extrem gut, der Mensch, weil ich erlebe, also ich würde heute wahrscheinlich ähnlich vorgehen wie die, wie du eben die Service Case festlegen und ich würde dann nicht die Menschen smarter nur machen, das ist generell keine schlechte Idee, sondern wo habe ich eigentlich überhaupt keine Menschen mehr zur Verfügung, die diese Arbeit machen können? Also ich erlebe das ja durch einen sehr bitteren Case in Köln im Gesundheitswesen, wo einfach die Pflegeperson keine Ahnung hat, wen sie vor sich hat und was der Hausarzt vorher gesagt hat. Also wenn wir, aber mit einer vollkommenen Liebe sie eigentlich die Pflege machen wollen, aber sie haben keine Daten, und bitte eben kurz formuliert, was drin stand und ich meine, was wir im Gesundheitswesen, wenn wir mal wegkämen davon, dass alles Angst um Daten haben, ab einem gewissen Alter ist es nämlich nur noch wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und die Pflege ihren Job machen kann, aber da braucht es eben kleine Reports. Also ich finde das super, dass du das erwähnst. Immer Menschenzettel. Vielleicht sollte man da anfangen, wo einfach keine Menschen mehr zur Verfügung stehen, das nennt sich Fachkräftemangel, weil wir altern alle und das ist natürlich ein super Ansatz. Also die Leute müssen keine Angst vor AI haben, sondern es macht sie besser, schneller, in dem, was sie eigentlich machen sollten. Ja, und das ist ja ein Service Management zum Beispiel, nochmal vielleicht als Abschluss, das ist ja genau der Treiber, weil erstens, es wird immer mehr Service und Kunden Service Anfragen über solche Kanäle, Telefon, Video etc. geben, Nummer eins, die wird es immer mehr geben, das hört nicht auf, das wird wachsen und das zweite ist, es gibt aber nicht mehr Menschen, die diesen Service dann bieten und genau daher kommt ja zum Beispiel wieder Service Open oder wir, wir versuchen das zu optimieren, dass ich nicht mit mehr Menschen auf das Problem haue, sondern die Leute smarter mache und die Interaktion smarter mache zwischen dem Service und dem Kunden. Das ist das, was wir tun. Wunderbar, das ist ein super Schlusswort. Bernd, ich danke dir, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Einerseits, wie funktionieren solche generellen Systeme, aber auch die Use Cases. Ich danke dir und merci, schönen Tag euch allen. Bis dann, ciao. Danke dir, Patrick. Ciao, ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.